Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Was ist damit? Ich war da drin. In dem Flugzeug, das abgestürzt ist? Ich sollte überhaupt nicht auf diesem Flug sein, aber ich war es. Und da war dieser Typ, der so eine Art Geheimagent war oder irgend sowas. Ockipado! Und er hat jeden an Bord umgebracht. Die Piloten sind tot. Ja, sie wurden erschossen. Von wem? Von mir. Genauer gesagt, auf den ersten habe ich geschossen. Der dann auf den zweiten, versehentlich. Naja, kann schon mal passieren. Medi, Medi, Medi! Und als nächstes wache ich in meinem Zimmer auf und weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Dann gehe ich zu Aprils Anprobe, weil ich dieses alberne Kleid tragen soll. Da tauchen diese anderen Agenten auf. Miss Havens, würden Sie kurz einsteigen? Die schnappen mich. Und plötzlich bin ich in Grand Theft Auto auf der Interstate 93. Hey June, das Kleid ist wirklich hinreißend. Sekunde! Esassenverkehr! Warum hältst du meine Hand? Weil ich für dich da bin. Das ergibt absolut Sinn. April wird heiraten. Und das stresst dich. Nein, 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 okay. Hi June. Vielleicht war ich nicht deutlich genug, aber wir müssen zusammenbleiben. Entschuldigung, wer sind Sie? Das ist der Typ. Ich bin ein Typ, das ist der Typ. Ich bin der Typ. Das ist der Typ. Bitte. Rodney, hör zu, was ist auch passiert? Bitte, bleib, wo du bist. Äh, was soll das denn heißen? Alles sofort runter, keiner folgt uns oder ich bringe erst mich um und dann Sie. Auf drei. Fertig? Eins. Nein! Nein! Night and Day. Entschuldigung. Panikattacke. Welche Zahl hättest du gern? Drei. Ja, nimm mir ruhig die drei, die ist gut. Okay. Ab Sommer 2010 im Kino.